Moin Leute und willkommen zu einem neuen Projekt und zwar ein Minecraft-Projekt, was jetzt erstmal anstelle des Bus-Simulators 2018 laufen soll, weil da gibt es aktuell nichts interessantes zu zeigen. Deswegen bin ich jetzt hier auf Minecraft umgestiegen und wir befinden uns hier auf meiner allerersten Let's Play Welt. Also die habe ich glaube ich in der Version 1.7 gestartet. Damals war ich noch ein ganz kleines Kind, was auf einmal Let's Plays machen wollte und es ist ganz gut, dass diese Videos in den Tiefen des gelöschten YouTube-Contents nicht mehr zu finden sind. Und ja, ich würde gerne mal diese Welt ein bisschen zeigen, weil ich habe diese Welt seitdem privat immer weiter, ja, weitergeführt. Ich bin dann von Survival irgendwann auf Creative umgestiegen, weil ich dann das alles so ein bisschen in einer etwas größeren Dimension bauen wollte und mittlerweile ist daraus nicht nur ein ganz, ganz großes Haus entstanden, sondern auch eine ganz, ganz große Stadt. Und mein nächstes Ziel ist mehrere große Städte. Ja, das ist mein Ziel und wir werden uns jetzt einmal anschauen, was ich in fast 10 Versionen hier, oder es sind doch eigentlich 10 Versionen, ja, 1.7, 8, 9, 10, ja, es sind 10 Versionen eigentlich, was ich in diesen 10 Versionen geschafft habe, warte, ich muss jetzt nochmal nachzählen, also 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 12, 13, 14, 15, ja, es sind 10 Versionen, genau. Was hier jetzt alles so entstanden ist und ich werde das jetzt in ein paar Episoden aufteilen, wo wir uns verschiedene Bereiche der Karte anschauen werden. Wir fangen an mit dem ganz großen Stadtschloss, was eigentlich mein ursprüngliches Haus war und dann arbeiten wir uns über die Stadt, äh, da hinweg und, äh, ja, die Stadt braucht auch nochmal mehrere Episoden, denke ich mal. Genau, also es ist eine relativ große Karte, man sieht hier auch schon, ähm, es ist von den Biomen her ziemlich, ja, vielfältig. Wir haben hier so ein Ice Plains, äh, ne, Ice Spikes Biom, da hinten eine Savanne mit einem ziemlich coolen Berg. Hier hinten haben wir dann normale Ice Plains und wenn wir jetzt hier noch hinter diesem Haus einmal schauen, dann haben wir da auch noch einen Sumpf. Genau, da hinten haben wir dann noch, äh, Berge und einen Schwarzeichenwald, also wir haben hier eigentlich fast alles, außer einen Dschungel. Den habe ich hier nie gefunden, die Bäume habe ich dann angepflanzt, als ich in den Creative Mode gewechselt bin. So, ähm, das hier oben, das ist mein zweites Haus, also mein früheres zweites Haus. Das sollte ein Lager werden, das, äh, habe ich aber auch nochmal komplett überarbeitet, weil das sah früher ganz anders aus. Das war früher ein, ähm, Akazienholzblock mit einem Dach, was, ja, einfach nur so da drauf war. Also es hatte, es hatte keine 3D-Form, es war wirklich nur ein Klotz mit so ein paar Treppen da drauf. Das habe ich jetzt einmal komplett überarbeitet, seitdem ich weiß, wie man Fachwerkhäuser baut in Minecraft oder so etwas ähnliches. Es sieht, glaube ich, besser aus. Aber das ist jetzt auch nicht wichtig, so, und es schüttet. Das finde ich nicht so schön. Also hier schneit es, aber hier regnet es, und das ist jetzt nicht so toll. Genau, dieses Gebäude hier, das ist, äh, nicht fertig, das ist auch relativ spät schon entstanden, wie man, denke ich mal, an den verwendeten Materialien sehen kann. Ähm, das ist jetzt nicht so wichtig, darum geht es jetzt nicht, es geht ums Schloss. Genau, wir gehen hier erstmal durch den Schlossgarten rein, und dann kommen wir hier zur östlichen Eingangshalle, also nicht zur österlichen Eingangshalle, nein, zur östlichen Eingangshalle. Genau, äh, hier haben wir noch so einen kleinen Weg, der führt uns hier zum Todeswald. Ja, sehr kreativer Name. Wer Namensvorschläge hat, die etwas besser klingen, der kann sie gerne vorschlagen. Ähm, was Namensgebung angeht, war ich damals nicht so kreativ. Also das ist hier auch einer der ältesten Bereiche, wir werden uns jetzt von Alt nach Neu auch vorarbeiten. Und ja, in der ersten Episode werden wir uns einmal das Ostschloss anschauen, in der zweiten dann das Westschloss, und ab der dritten Episode dann die Stadt. Und da gibt es auch noch eine Menge zu erkunden, und ich würde mal sagen, wir gehen hier rein, in die östliche Eingangshalle, mit einer Pistentür, die hier tatsächlich von Anfang an auch stand, seitdem diese Halle hier existiert. Genau, äh, diese Halle, die existiert hier schon seit, ja, eigentlich von, fast von Anfang an. Ähm, die wurde nur des Öfteren umgebaut. Also, hier waren tatsächlich vorher Tröppen, die führten bis in das zweite Stockwerk. Das habe ich dann umgebaut, weil es hässlich aussah. Man kann immer noch argumentieren, dass es jetzt nicht so gut aussieht, aber es sieht besser aus als vorher, glaubt es mir. Genau. Hier sind ein paar random Bilder an der Wand, und dann haben wir hier so eine kleine Bar, ja, da weiß ich nicht mehr, wann ich die gebaut habe. Ich weiß nicht, ob die schon von Anfang an hier existierte. Äh, dieser Wasserfluss, den habe ich auch irgendwann mal mit dazu gebaut. Genau. Ja, hier wollen wir jetzt erstmal noch nicht weitergehen. Wir gehen jetzt erstmal hier in Richtung, oder wir folgen erstmal hier dem blauen Teppich. Hier ist jetzt so eine kleine Krankenstation. Ja, was man nicht alles so in einem Schloss braucht. Und dann, äh, genau, hier geht es zu den Kerkhand und zu den Gewächshäusern. Und zu einem Hotel. Passt auch alles so gut zusammen. Und hier haben wir jetzt einen Gemeinschaftsraum und Schlafsäle. Ich denke mal, man kriegt auch schon so langsam eine Art Ahnung, woran das Ganze inspiriert sein kann. Nein, es ist nicht an Hogwarts inspiriert. Woran denkt ihr denn nur? Ich wollte es auch nicht Fake-Words nennen, weil es eigentlich ein Fake-Hogwarts sein sollte. Was weder imposant wie das richtige Hogwarts-Schloss ist, noch irgendwie, äh, ein architektonisches Meisterwerk. Genau. Ja, das ist jetzt hier ein, äh, Gemeinschaftsraum. Und das ist hier tatsächlich auch der Teil, ähm, der früher mein allererstes Haus hier war auf der Karte. Ähm, ich habe das alles hier komplett überarbeitet, also der Teppich ist neu, eigentlich allgemein. Ich glaube, ähm, ungefähr hier so muss mein erstes Haus gestanden haben. Ja, ungefähr hier so. Dieser Bereich war ein bisschen größer. Oder hier so, also dieser Teil muss das ungefähr gewesen sein. Hier sind jetzt zwei Schlafräume mit so ein paar mehr Betten und Küsten. Genau. Und da geht es dann einmal zu den Ländereien mit einem kleinen Brunnen, der relativ tief ist. Genau. Ähm, also das ist hier der Originalteil. Ähm, ich hatte hier auch tatsächlich ein Lager noch damals. Ähm, das ging hier runter. Ich habe es noch nicht zugemacht. Aber das hier war mein allererstes Lager. Das ist jetzt natürlich nicht mehr in dieser Form existent. Ähm, hier ging es dann glaube ich auch noch zu einem Neta-Portal. Das ist jetzt aber auch nicht mehr da erreichbar. Genau. Also das hier war mein erstes Lager. Also hier ungefähr muss ich mein erstes Haus befunden haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe leider auch keine Backups oder Videos mehr davon. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. So, ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt, ähm, wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Wir bleiben im Erdgeschoss und gehen noch nicht hoch. Wir gehen jetzt hier an der Bar vorbei und gehen jetzt, ja, hier in diesen grünen Korridor-Bereich. Hier haben wir jetzt so ein paar Bücherregale, ein paar Bilder und Räume. Übrigens, ähm, wenn ihr hier irgendwo Bilder seht, es kann hier immer ein Secret sein. Immer. Einfach prüfen. Ich prüfe es jetzt nicht. So, hier haben wir jetzt, äh, Räume. Hier sieht man jetzt eigentlich auch schon die eindeutigen Beweise dafür, dass es ein Abklatsch von Harry Potter sein könnte. Also ich glaube, es gibt keine Kunde für Schattenwesen. Das wäre dann schon irgendwie sowas wie Verteidigung gegen die dunklen Künste. Aber ich musste mir halt irgendwas ausdenken, was nicht so naheliegend ist und so. Und ja, das sind dann hier jetzt einfach so ein paar Räume. Hier, ähm, Kunde für Kältewesen. Aufgrund von Problemen nicht betretbar. Hm, was für Probleme denn? Oh, es ist ganz vereist und, äh, Schalker sind hier. Ja, ich weiß nicht. Das habe ich früher auch immer so gemacht. Ich habe geschrieben, aufgrund von Problemen nicht betretbar, weil ich mir nichts ausdenken wollte. Und, äh, ich glaube, das hält niemanden davon ab, da wirklich reinzugehen, weil man will natürlich wissen, was das für Probleme sind. Man ist natürlich neugierig. So, hier ist dann mein neues Lager, was damals entstanden ist. Also, ich glaube, das habe ich hier aber auch noch im Survival gebaut. Habe ich auch ein paar Mal umgebaut noch. Das ist so der letzte Teil, der hier im Survival-Modus entstanden ist. Genau, also dieser Teil ist dann hier später, äh, ist dann hier früher entstanden. Die Eingangshalle... Oh, es ist gewittert. Ich mache mal das Wetter wieder normal. Genau, also diese Eingangshalle, die ist dann hier irgendwann auch entstanden. Ähm, hier waren dann, glaube ich, noch so ein paar... Genau, hier waren noch so ein paar... So ein Vorbau oder so ähnlich war hier. Warum auch immer. Ich glaube, hier sollte früher eine Tröppel hin. Habe ich dann aber schnell verworfen, die Idee. Und, ja, hier haben wir dann noch so ein paar Räume. Die sind jetzt nicht sonderlich stark eingerichtet hier. Ich hatte meinen Fokus dann woanders drauf. Und dieser Raum, der ist relativ spät entstanden, weil hier noch was anderes früher war. Deswegen ist der auch noch gar nicht eingerichtet. Nur, dass man halt von außen dann da reinsehen kann erstmal. So. Ähm, man wird auch, denke ich mal, feststellen... Oder ich werde jetzt häufiger sagen, dass ich einige Bereiche hier komplett neu gebaut habe und umgebaut habe. Das ist so, weil, ja, man entwickelt sich weiter in den Fähigkeiten, wie man was Gutes bauen kann. Genau, und hier haben wir jetzt den Todeswald. Einmal so einen schönen Blick da drauf. Ist jetzt auch nichts so Besonderes, erstmal. So, wo gehen wir jetzt lang? Ähm, genau, hier haben wir nochmal so drei Bilder. Die sind natürlich jetzt so schön auf Bodenhöhe. Da könnte natürlich was dahinter sein. Also, es ist tatsächlich hier hinter einem der Bilder was. Aber ich habe die Türen verschlossen, weil da beginnt eine Quest. Und, ähm, die möchte ich gerne mal im Survival austesten. Das wäre dann auch noch mal eine Episode. Und vielleicht muss ich die auch noch ein bisschen erweitern. So. Raum für Zauberwesen-Kunde. Ja, das ist jetzt hier so ein etwas anderer Raum. Mit einem etwas anderen Format, würden wir mal sagen. Da hinten ist noch eine Truhe, sonst ist da nichts. Ähm, und hier, hier ist jetzt so ein kleiner Geheimgang, kann man jetzt nicht sagen. Aber es ist so ein Gang hinter den Kulissen. Also, hier unten ist jetzt wieder dieser Korridor mit dem grünen Teppich. Und wenn man jetzt hier lang geht, dann kommt man hier hinter der Eingangshalle. Also, hier ist die Dacke der Eingangshalle. Das war hier halt alles mal betretbar. Hier gingen die Tröppen hoch. Da ging es dann auch noch einmal noch ein bisschen hoch. Und, äh, ja, das ist jetzt eigentlich auch nicht so ein Geheimgang, den man unbedingt finden sollte. Aber ich habe es jetzt einfach mal bestehen gelassen, weil... Ja... Ist eine kleine Abkürzung. Warum nicht? Genau, hier haben wir dann noch einen neuen Raum. Ähm, den erreicht man natürlich nicht nur über diesen Geheimgang, sondern den erreicht man auch über einen normalen, offiziellen Gang. Nämlich hier unten sind wir jetzt wieder bei dem Gemeinschaftsraum. So, wir gehen wieder zurück, denn ich würde gerne eben den Teil da hinten abschließen, dass wir uns den anschauen. Hui, ich kann fliegen. Genau, also hier sind so ein paar mehr Geheimgänge. Hier sind ganz viele Secrets und, äh, auch Quests zu finden. Ähm, hier haben wir noch einen weiteren Raum. Das ist Unterricht im Magier-Duell. Ähm, ist jetzt auch nicht so sonderlich toll ausgebaut. Ist halt alles schon ein bisschen älter. Achso, und da hinten ist auch noch so eine kleine Tür, wo, glaube ich, ein paar Köpfe drin sind und noch eine Truhe. Ja, hier, so eine ganz große Truhe. Joa, das sind die gesammelten Köpfe aus dem Magier-Duell. Creeper können auch Magier sein, bestimmt. Nein. So, hier ist jetzt auch so ein kleines, sollte ein Secret sein, aber ich hab hier nicht genug Platz, um hier eine geheime Tür hinzubauen. Ist halt alles sehr eng gebaut. Äh, hier ist ein Vergiftungstrank drin und eine glitzernde Melone. Und, äh, ja, hier ist jetzt so ein kleiner Stein-Keller-Gang. Also, es ist kein Keller, aber es sollte halt so sein. Und hier hab ich jetzt noch nichts gebaut, deswegen steht hier jetzt auch verschlossen, damit man da nicht hingeht. Genau. So, hier ist auch nochmal verschlossen. Hier geht's zur, ähm, verbotenen Abteilung der Bibliothek. Und hier geht's in die Haupteingangshalle, Übergang zum Westschloss. Da werden wir ganz am Ende noch einmal hingehen und hier geht's jetzt in die richtige Bibliothek. Also hier, Durchgang zur Bibliothek, Bibliothek, Leseraum. Der Leseraum ist in seiner Form eigentlich schon immer so gewesen. Den hab ich nur des Öfteren mal von der, ähm, von dem, ja, Interieur umgebaut. Äh, hier geht's jetzt auch zur verbotenen Abteilung. Da fehlen jetzt die verschlossenen Schilder. Und hier ist jetzt die richtige Bibliothek, und zwar das Untergeschoss. Ähm, ich hätte die tatsächlich noch größer bauen können. Damals. Ich wollte es, glaub ich, auch. Aber ich hab's dann erstmal gelassen. Jetzt haben wir halt hier so diese bodentiefen Fenster und so. Alles Mögliche. Die ganzen Fichten hier. Ähm, das war hier eigentlich, glaub ich, alles normaler Mischwald vorher. Ich hab hier halt so ein bisschen andere Pflanzen auch noch angepflanzt. Also andere Bäume. Genau. Hier haben wir jetzt die Bibliothek, Zaubertisch. Ähm, hier sind so tatsächlich kleine Bücher, die ich so geschrieben hab, so ein paar Seiten. Das ist ziemlich cringy gewesen. Deswegen schau ich da jetzt nicht rein. Ähm, hier geht's jetzt auch noch einmal höher. Hier haben wir jetzt, ja, noch ein bisschen was anderes. Hier ist jetzt auch nicht so viel zu finden. Das sind halt alles nur Bücherregale. Und hier hab ich halt so ein paar Spinnenweben gemacht, weil... Ist so eine Ecke, die nicht so häufig gesucht wird. Äh, besucht wird. Genau. Äh, hier geht's zum Korridor im zweiten Stock. Das ist der sogenannte verbotene Korridor. Hier ist ziemlich viel verboten in dem Stoss. Das ist ziemlich geheimnisvoll. Und wir gehen jetzt auch mal in die verbotene Abteilung. Hier sieht man jetzt, hier ist so ein Bücherregal, Labyrinth. Ich kenn mich hier natürlich aus. Ich darf hier auch rein, weil... Ist natürlich mein Schloss. Ich hab's gebaut. Und ja, was haben wir hier jetzt? Drei Gemälde. Hm, ob da wohl was hinter sein wird? Ja, hier ist, äh, was dahinter. Genau, hier haben wir jetzt den Korridor zur, äh, zur richtigen verbotenen Abteilung. Hier so richtig cool mit den Bannern und so. Hier sieht man jetzt auch diese, ähm, Angelehntheit an Harry Potter mit den vier Häusern. Natürlich ist Slytherin mit einem grünen Creeper-Gesicht. Warum nicht? Und hier haben wir jetzt die Haupthalte der verbotenen Abteilung. Äh, dieser Korridor wurde auch des Häufigen, äh, des Häufigeren umgebaut. Diese Halle ist relativ neu. Die, äh, hat nicht von Anfang an, als ich diesen Abschnitt des Schlosses gebaut hab, existiert. Ähm, ich wollte das halt einfach ein bisschen umbauen. Ich kann euch gleich auch zeigen, warum. Genau, hier sind jetzt einfach noch so ein paar Bücherregale. Und hier geht es ins, äh, Westschloss. Da wollen wir jetzt nicht hingehen, weil das ist so ein Verbindungstrakt, der ist unterirdisch, da kann man auf jeden Fall abkürzen. Ähm, hier ist so ein kleiner Dekoraum, der ist jetzt nicht wirklich ausgeschmückt, da brauchen wir nicht reingehen. Und hier, äh, führt es dann einen weiter. So, hier oben wäre dann der Eingang zur Haupteingangshalle. Aber der ist zugemauert, weil man soll natürlich nicht in die verbotene Abteilung. So, hier ist auch eine richtig coole Sache. Hier haben wir einen kleinen unterirdischen Bahnhof. Ich hab hier tatsächlich unter dem ganzen Schloss ein Zugsystem gebaut, wo man dann einmal im Kreis fahren kann. Und da kann man auf jeden Fall ziemlich schnell auch durch das ganze Schloss kommen. Und wenn ich dann schon mal sage, dass das hier Sinn ergibt, mit dem Zug zu fahren, dann kann man sich sicherlich, ähm, denken, wie groß das Schloss letztendlich ist. Aber es ist halt auch über mehrere Jahre entstanden. So, das hier ist die, ähm, ursprüngliche Halle der verbotenen Abteilung. Also das, was jetzt da hinten war, das hier war ursprünglich dafür vorgesehen. Das, ähm, hier stand, glaube ich, auch mal was, wo hier die Birkenholz, ähm, Holzsachen sind. Aber das hab ich dann jetzt hier auch erstmal als Durchgangsraum genommen mit, weil ich wollte es noch ein bisschen erweitern. Ähm, dieser Teil ist auch noch relativ alt. Ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal umbauen werde. Das ist hier halt alles ziemlich eng gebaut. Aber ich bin hier halt auch nicht so ganz zufrieden damit. So, hier kommen wir jetzt auf diese kleine, auf diesen kleinen, äh, wie nennt man das, Balkon, auf diese kleine Terrasse. Und hier geht's jetzt wieder ins Ostschloss. Und hier oben, das wäre die Tür zu dem Korridor. Aber es gibt noch einen anderen Ausgang, den werden wir uns auch anschauen. Natürlich. Äh, da müssen wir hier noch einmal raus. Und dann müssen wir da die Tür nehmen. So, hier ist jetzt ein ganz, ganz komischer Raum. Ähm, ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Seelensand, Lava, Spinnenweben. Hier muss eine Menge los gewesen sein. Ich brenne, okay. Und hier haben wir jetzt so einen kleinen Geheingang und, tada, hier sind wir. Wie gesagt, es lohnt sich, durch die, ähm, Gemälde zu gehen. So, ähm, ja, die Bibliothek haben wir abgefrühstückt. Äh, dann gehen wir jetzt in den dritten Stock. So, hier haben wir jetzt, äh, einen Raum für Verbandungskunde. Nee, das ist der zweite Stock, aber Raum 302. Ja. Ähm, auch wieder ein etwas größerer Raum mit zwei Eingängen. Genau. Und hier kommen wir dann in den, also jetzt wirklich den dritten Stock. Das ist hier der höchste Stock in dem Ostschlossgebiet. Da hinten haben wir noch mehr, ähm, Stockwerke. Wie man hier sehen kann. Aber das ist, äh, das Westschloss. Und da hinten sieht man auch schon die, äh, die Ausläufer der Stadt. So, was haben wir hier? Verzauberungskunde mit ganz vielen Verzauberungstischen. Und ein ganz langweiliger Raum für Geografie. Dann gehen wir hier nochmal runter. Hier sind wir jetzt wieder in dem Korridor bei der einen Tür, wo wir da eben bei, äh, dem einen Raum rausgekommen sind. Hier haben wir jetzt noch so einen kleinen Lernraum. Den werde ich sicherlich auch nochmal ein bisschen umgestalten. Der ist ein bisschen langweilig. Hier haben wir jetzt, äh, die Mädchentoilette. Die wird nicht mehr genutzt. Hier soll jetzt so ein kleiner Shop entstehen. Dann haben wir hier, äh, Raum 302 für Verwandlungskunde wieder. Genau, hier waren wir eben. Da hinten ist auch noch eine Tröppe. Wenn wir die Tröppe heruntergehen, dann kommen wir hier wieder zu dem anderen Raum für Verwandlungskunde. Genau. Hier sitzt das mit der Lava und da unten ist wieder der blaue Bereich. Da gehen wir gleich auch wieder runter, weil da sind dann noch drei Sachen, die ich noch zeigen möchte. Und dann sind wir auch schon durch in diesem Schlossteil. Ähm, wir gehen jetzt hier lang. Hier geht es nämlich auch noch lang. Hier ist noch wieder ein Raum für Verwandlungskunde, wie man hier sehen kann. Mit einem Huhn. Das kann man in einen Amboss bestimmt verwandeln. Nein, glaube ich nicht. Äh, hier ist ein Lagerraum. Kein Zutritt. Und hier geht es zum verbotenen Korridor. Genau, hier habe ich jetzt auch ein bisschen was an Deko mit reingebracht. Hier eine Kiste, ein paar Rüstungen. Ähm, und hier ist nun der Anmelderaum zur Besichtigung des verbotenen Korridors. Wie so eine Touristenattraktion. Und hier steht sogar einer. Ja, und hier ist der verbotene Korridor. So, den habe ich auch des Öfteren umgebaut. Also den Bereich hier des, äh, verbotenen Korridors. Der ist auch des Öfteren umgebaut worden. Vor allem hier in der Gangführung. Also hier war früher ein langer Gang und nicht so ein verwobener Gang. Genau, hier ist, äh, wieder der Lagerraum. Und das ist hier jetzt auch der Lagerraum, der hier in dem Raum war. Man sieht, äh, es gibt hier viele Querverbindungen. Es gibt hier viele geheime Verbindungen auch. Und jetzt sehen wir noch eine. Nämlich hier. Bibliothek. Werke der Zauberkunst. Obergeschoss. Hier sind wir jetzt wieder im oberen Teil der Bibliothek. Krass, oder? Und hier hinten ist dann noch ein Teil, da sollte es früher zu einer Quest gehen. Zu der Hauptquest. Ähm, hier ist erst nochmal ein Lagerraum. Ja, wird nochmal auch umgebaut. Ich glaube, diesen Teil werde ich ja auch wirklich komplett umbauen. Und dann mal sehen, was ich hier mache. Ob ich das jetzt hier, das hier ist eh nicht mehr aktuell. Hier ging es früher runter zu einer Quest. Dieser Eingang ist jetzt woanders. Deswegen, ich glaube, ich könnte das hier noch, ähm, für die Bibliothek ein bisschen erweitern. Oder halt hier für den verbotenen Korridor. Je nachdem. Oder halt beides. Das muss man dann mal schauen. So, wir gehen hier jetzt wieder zurück. Vorbei an dem, äh, Dude, der da an der Anmeldung steht. Und jetzt müssen wir uns noch drei Teile anschauen. Dann sind wir mit dem Ostschloss durch. Wir schauen uns jetzt als erstes einmal die Gewächshäuser an. Das sind nicht viele. Das ist ein kleiner Bereich. Auch ein relativ alter Bereich. Und dann gehen wir in die Kerker. Und zum Schluss noch, ah ne, wir schauen uns erstmal das Hotel an. Genau, ich habe hier ein Hotel gebaut. Hier hat man so einen schönen Übergang von so einem alten Schloss in ein ziemlich modern aussehendes Hotel. Hier ist die Anmeldung. Mit so ein paar Bildschirmen hier oben. Hier kann man Schlüssel aufhängen. Und hier sind dann auch schon Zimmer. Die fast alle eingerichtet sind. Und ich denke mal auch gar nicht mal so schlecht. Hier noch mit so einer Dusche oder einer Badewanne. Hm, sieht doch nicht, sieht doch nicht schlecht aus. Genau. Da könnte man jetzt tatsächlich auch Wasser reinpacken. Also das ist noch in einem Bereich entstanden. Also das ist noch in einem Zeitraum entstanden, wo es noch nicht das Aquatic Update gab. Wo man dann Wasser auch auf Half-Steps packen kann. Genau, hier ist noch so ein identischer Raum. Wenn wir jetzt noch ein bisschen höher gehen. Hier haben wir jetzt auch wieder ein paar Räume. Die sind auch eigentlich so wie die hier unten. Achso, der ist jetzt nicht eingerichtet. Hier war ich wohl faul. Ist der hier eingerichtet? Ja, der ist eingerichtet. Genau, hier haben wir so einen Eckraum. Und hier auch wieder so ein Badezimmer. Achso, ja, hier habe ich es sogar gemacht. Stimmt, aber das ist dann auch später entstanden. Also irgendwann macht man sowas. Dann auch mal, wenn man hier mal wieder ist. Hier ist jetzt ein nutzloser Gang. Ich weiß nicht, hier könnte man ein Fenster noch mit einbauen. Könnte. Aber wie gesagt, das ist echt ein nutzloser Gang. Da könnte man sicherlich auch nochmal was machen. Gut, dann geht es jetzt noch eine Etage höher. Und hier haben wir jetzt die Luxussuiten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier alle eingerichtet habe. Ah, doch, hier. Die ist auf jeden Fall eingerichtet. Genau, hier hat man auch so einen schönen Ausblick. Ja, wobei, schön. Man hat halt so ein Gebäude vor der Fresse. Auch ein etwas anderes Badezimmer. Hier mit Dusche und Badewanne. Toilette. Ja. Hier ist noch so ein Raum. Genauso ein Badezimmer. Achso, hier ist gar keine Badewanne drin. Naja. Und hier haben wir dann noch eine Tröppel. Hier sollte früher so ein Restaurant entstehen. Ähm, ja. Habe ich jetzt noch nicht gebaut, weil meine Prioritäten lagen woanders. Erst halt bei dem Schloss, bei der Erweiterung und dann bei der Stadt. So, apropos Schloss. Hier ist so ein kleiner Hexenspot, wo man so ein bisschen zaubern kann, was brauen kann. Den mag ich auch, den würde ich nicht ändern. Der ist auch relativ früh tatsächlich entstanden. Und hier sind wir jetzt bei den Gewächshäusern. Hier ist jetzt die Bar wieder. Also man kommt hier auch direkt zu den Gewächshäusern. Hier ist jetzt gerade nichts drin. Hier sind Kartoffeln. Hier sind auch nochmal Kartoffeln. Da ist Zuckerrohr, Weizen. Ach, ein kleines Büro. Joa. Kräuterkunde. Und, äh, Kürbisse. Und hier endet eine Quest hinter der Tür. Die Tür öffne ich deswegen nicht. Also da kommt man dann später raus. So, zu den Kräutergärten. Ja, wir haben hier zwei Kräutergärten, um ehrlich zu sein. Der Baum der Fruchtbarkeit. Der sieht jetzt nicht so aus, als ob das unbedingt so ein Baum ist, der unbedingt dafür bekannt ist. Hier haben wir so ein paar Blümchen mit grober Erde und Pozzol heißt das ja, glaube ich. Und ein Dschungel, ne, zwei Dschungelbäume. Genau. Äh, da hinten sehen wir jetzt wieder die Stadt. Die erstreckt sich auch noch sehr weit nach hinten durch. Hier haben wir jetzt die Eingangshalle, aber wir müssen jetzt noch, ach ne, wir können ja auch eben, Halt, die Tür mache ich zu. Wir können jetzt ja auch eben hier reingehen, weil hier ist auch noch ein Ausgang. Da kommen wir gleich zu den Kerkern. Vorher biegen wir noch einmal links ab. Da ist eine Bibliothek, also eine modernere Bibliothek. Hier so ein bisschen farbenfroher. Die habe ich auch irgendwann einfach mal so gebaut. Ich wollte halt was Modernes hier noch haben. Ähm, und die habe ich tatsächlich in ihrer, in ihrem Bestand gar nicht geändert, seitdem die gebaut wurde. Also die ist tatsächlich noch original, obwohl die schon ziemlich alt ist. So. Hier geht es jetzt runter in den Kerker. Und den Kerker, den möchte ich unbedingt nochmal überarbeiten. Ich weiß nicht, kann man hier noch hinter einem Gemälde rein? Ne, kann man gar nicht. Genau, also der Kerker, der wird nochmal komplett überarbeitet. Ähm, ich bin mit dem roten Sandstein nicht zufrieden. Und, äh, das hier ist auch noch, ja, längst nicht fertig. Also hier sollte dann auch irgendwann mal eine Quest beginnen. Das wird nochmal alles hier überarbeitet. Aber es ist halt immer ein bisschen anstrengender, unter der Erde zu bauen, wenn man da erstmal den ganzen Raum schaffen muss. Und, äh, ja, das Ganze, den ganzen Stein wegmachen muss. Ja, und hier haben wir Wasser, was von der Decke tropft. Das soll so. Kein Wunder, ist halt der Kerker. Hier haben wir den, äh, Zaubertrankunterricht. Und hier beginnt noch eine Quest. So, ähm, die Quest werde ich aber, denke ich mal, jetzt noch nicht zeigen. Äh, ich hab schon eine Aufnahme gemacht, tatsächlich. Aber da ist was mit dem Aufnahmeprogramm schiefgelaufen. Deswegen, ähm, ja. Da hab ich das gezeigt, aber hier werde ich das, glaube ich, nicht zeigen. Das werde ich dann auch nochmal in einer anderen Episode zeigen. Gut, aber das ist der Kerker und wir gehen jetzt in die Eingangshalle, also in die Haupteingangshalle. Die ist nicht so groß, wie man vielleicht denken mag. Die ist ungefähr so groß wie die östliche Eingangshalle. Ähm, ich bin deswegen auch nicht ganz zufrieden mit der Eingangshalle. Und, ja, dann ist diese Episode auch schon vorbei. Das ist jetzt hier die Eingangshalle. Hier so mit so, ähm, Glasscheiben. Einer großen Tröppe. Und hier geht's zum... Ja, da fehlt ein Schild, wo zum Ostschloss... Huch. Da fehlt ein Schild, wo zum Ostschloss draufsteht. Das ist ja das Ostschloss. Und hier geht's zum Westschloss. Und da werden wir in der nächsten Episode hingehen und uns das Westschloss anschauen. Und das ist eigentlich nochmal genauso groß wie das östliche Schloss. Also, es ist wirklich ziemlich groß. Achso, einen Bereich kann ich hier noch zeigen. Hier ist das Porträt zum einsamen Ickbert. Ja, der ist halt wirklich einsam. Und hier kommt man... Hier käme man dann raus, wenn man aus der verbotenen Abteilung kommt. Genau. So sieht's aus. Und, ähm, ja, das ist die Eingangshalle. Ich würde mal sagen, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Episode auch dabei. Ähm, schreibt mal, was ihr davon haltet von diesem Schloss. Und dann werden wir uns in den nächsten Episoden einmal noch das... Äh, das restliche Schloss anschauen. Und die Stadt. Genau. Und dann halt noch irgendwann die Quests machen. Aber da muss ich halt noch ein bisschen was vorbereiten wahrscheinlich, weil das ist alles noch nicht so ganz bereit, denke ich mal. Gut. Aber soweit, äh, soweit so gut. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!